Herzlich Willkommen und Grüß Gott! Hier sind der Dommel und die Drogenauer. Das Thema der heutigen Sendung ist die Kaltwasser-Grill-Challenge. Wir danken Radio Ramassuri, dass sie sich wieder was überlegt haben für uns, wie sie uns richtig eins reinbüren können. Ich denke, da steckt dieser Bleier dahinter. Auf geht's zum Grillen. Bei der Gelegenheit vielen Dank an die Firma Fendt, die solche geilen Traktoren macht, wo vorne noch ein Swimmingpool dran ist. Also dann, kriege ich erst mal einen kurzen Prost. So. Wir haben noch nichts hier, aber nichts. So. So lang. Angrillt ist. Oh, was ist denn los? Ich spüre nichts mehr. Wir müssen natürlich auch jemand nominieren. Nominieren. Und wen nominieren wir? Unsere Freunde von Fox Club. Also ich hätte gerne den Alexander Herrmann nominiert, damit wir uns einmal zeigen können. Und natürlich Lenze und die Wurm. Okay. Jetzt seid ihr dran. Ihr habt eine Woche Zeit. Lieber Alexander Herrmann, lieber Lenze und liebe Fox Clubberer. Und wir wollen was sehen für euch. Wir krönen jetzt gemütlich weiter. Es ist jetzt ein schöner, frischer Wind. Minus 10 Grad. Ich würde sagen, aufgeregt. Ich rühre weiter. Bum! 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 Bum!